Ich bin hergekommen zur Eröffnung der Ausstellung Warnissage und bin beeindruckt, obwohl die Ausstellung nur in Anführungszeichen aus Dokumenten besteht, die bebildert sind, mit Text habe ich doch den Eindruck, in ihrer Bescheidenheit bringt sie einen guten Eindruck über die schwierigen Zeiten vor dem Krieg 1938, gerade auch vor dem Hintergrund dieser schwarzen Bilder, wie Lichtenstein in der Umgebung aussah, dunkle, schwierige Zeiten. Ich bin natürlich auch stolz, dass Lichtenstein diese schwierigen Zeiten 1938 so gut gemeistert hat. Zusammenhalt war sehr wichtig, auch Zusammenhalt bei verschiedenen Meinungen, die die verschiedenen politischen Strömungen und Fraktionen hatten. Das ist beeindruckend und auch eine Lehre für die Zukunft, dass wir in unserem ganz kleinen Land zusammenstehen müssen, um für das gemeinsame Interesse weiter ein eigenes, souveränes Land zu haben.